Grüß Gott, He-Man! Was machst du denn da? Oh, grüß dich, Waffenschmied! Ich mache nur gerade mein liebliches Süßbrot. Oh, Junge! Das hört sich wirklich interessant an! Oh, Waffenschmied! Könntest du mir damit behilflich sein, den Zucker von da drüben herunterzubekommen? Aber sicher, He-Man! Lass mich nur die Drittleiter holen! Nein, nicht! Setz dich auf meine Schultern! Breite einfach deine Beine aus und leg sanft deine Genitalien. Auf meinen Nacken. Genau hier. Auf meinen Nacken. Pass auf, He-Man! Skeletor ist direkt hinter dir! Na, hallo, He-Man! Grüß dich, Skeletor! Würdest du etwas fürs Erntedankfest gebraucht haben, hättest du mich einfach fragen können. Ja, könnte ich. Hey, Waffenschmied! Hey, 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 hey Italien auf meine Nacken.